Der bekannte Mürztaler Musiker Gary Holzapfel gastierte jüngst im Brucker Szene-Lokal Crazy Rock und begeisterte dort die Besucher mit Hits von Johnny Cash und den Beatles. Gary Holzapfel, auch bekannt als Johnny H., sorgte kürzlich für einen musikalischen Ohrenschmaus im Szene-Lokal Crazy Rock in Bruck. Ja, eigentlich alles von den Sixties bis jetzt. Es gibt Johnny Cash-Nummern, es gibt Nummern von den Beatles, die ich von früher natürlich sehr gut noch im Gedächtnis habe, weil ich früher natürlich mit der Beatles-Double-Gruppe weltweit unterwegs war. Und ja, die Sixties, 70er-Jahre und diese Sachen sind die Sachen, die ich eigentlich gerne spiele und immer wieder spiele da drinnen, ja. Und wie lange spielst du schon? Ich spiele seit meinem 14. Lebensjahr Gitarre. Mit sechs habe ich Geigenspielen angefangen und Musik eigentlich, ja, seit meiner frühesten Kindheit, kann man sagen. In gewohnter Manier spielte der bekannte Mürztaler Künstler neue und alte Hits. wavele wir manier air wir es Untertitelung des ZDF, 2020